Mellars Labyrinth In grauer Vorzeit lebte ein Zauberer namens Mellar. Er erschuf ein Amulett, das seinem Besitzer ungeahnte Zauberkräfte verlieh. Aus Angst, das Amulett könnte verloren gehen, trug Mellar es immer bei sich. Als er starb, blieb das Amulett in Mellars Bibliothek zurück, die mitten in einem großen Labyrinth mit vielen Fallen und magischen Wächtern liegt. Außerdem spuken im Labyrinth auch die Seelen derer, die hier schon ihr Glück versucht haben und dabei umgekommen sind.